Sehr schön. Damit haben wir die Mission auch erledigt. Tierhäuter haben wir auch noch Zugeschicktbomben bekommen in unser Lager. Sehr gut. Hier haben wir noch eine Höhlenmission. Ja, komm. Wir gehen jetzt einfach mal hier rüber zu der Mission von Seiler. 816 Erfahrungen wieder. Sehr, sehr schön. Ich werde mir hier trotzdem wieder mein Seel ins Antige holen, damit ich hier Ruhe habe vor den ganzen Tieren. Sonst sind die immer ein bisschen nervig. Hier sind nur Wölfe. Tigrin! 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 Achso, sind nur ein paar Ziegen. Was geht denn da drüben ab? Hallo, warum ist denn hier ein Waldbrand? Das ist übrigens auch ein Bär. Heute bringt wir uns... Hey! Ich bin mit dir los, komm her hier! Ja, der verbrennt erst mal eine Runde. Das will ich nicht verantworten, das schicke ich ihm erst mal weg. Da kommt er ja wieder. Gut genährt. Wieder voller Lebenslust. Hoffe ich mal. Ah, da ist ein Fragezeichen. Hier ist vielleicht irgendetwas Spannendes. Tarschtarsteine. Was gibt es denn hier Schönes? Hey! Könnt ihr vielleicht mal ein Säbelzahn hier in Ruhe lassen? Ist das hoffentlich ein seltenes Jack? Oh Mann! Dummes Rodel. Jackhäuten. Nö, nur ein normales Jackfell. Auch nicht schlimm. Und wir gehen auf jeden Fall weiter Richtung... Winterzone, sag ich mal. Weiß immer noch nicht, wie ich das hier nennen soll. Aber auf jeden Fall wird es hier kälter. Und hier waren wir auch noch gar nicht. Sieht aber sehr schön aus, ne? Komm mal mit. Geht dann ein Stück runter. Dann haben wir es eh gleich geschafft zur Mission. Geht mir in hier. Ey, willst du den jetzt mal kriegen? Kann aber viel leben. Ich geh mal das hier mit. Das ist nämlich sehr, sehr gut. Überleben in der Kälte. Das nördliche Ödland ist kalt und menschenfeindlich. Mit aktuellen Kleidung würdest du in Kürze erfrieren. Um zu überleben, solltest du den Lagerfeuer zum Aufwärmen entfachen und Rohstoffe suchen, mit denen du Handwerks mit dir verbesserte Kleidung erstellen kannst. Habe ich auf jeden Fall gemacht, schon. Wo ist denn jetzt hier mein Jack? Wo hast du das schon wieder runtergeworfen? Na, ist ja egal. Was kommt jetzt? Hier sieht es auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend aus. Bin mal... Äh, ja. Erfreut darüber, was da hinten passieren wird. Aber mit dem Jack ist trotzdem weg. Oh, du bist auch ein bisschen verletzt, ne? Komm her. Ja, ja. Hey. Darf ich das füttern? No. Wer ist der Hellen? Genau. Ja, wollte ich auch gar nicht. Einfach mal sehen. Was denn hier passiert, wenn ich das mache? Und hier die Knochenhöhle. So hätte die Knochenhöhle nach vermisstem Venture-Jäger ab. Ha. Wander ist orgi. Wo denn? Ist es hier? Nordzehner, genau. Die Fußspuren... ...gehen in diese Richtung. Ah, das sehe ich schon. Da lang auf jeden Fall. Der hat ein schönes Fell, ne? Den macht das nicht so füch. Ruf ich mal. Ah, und hier ist der Dantan-Bau. Wobei ich keinen Angaben habe, was das bedeutet. Kommst du mit? Oh. Oh. Ich habe versehentlich F gedrückt. Ich trottel. Der sprengt mir einfach so ein Höhenlöwe vors Gesicht. Komm mal mit jetzt. Der kriegt jetzt auf den Sack. Ich habe eigentlich gehofft, dass hier... ... ein richtig fetter Bär ist, aber... ... komm her. Du kriegst jetzt richtig aufs Maul. Oh, nö. Flaschen. Ist das ein Höhenlöwe? Ach so, Mann. Jetzt dachte ich wirklich, das ist hier der... ...der Leopard. Und der hat so Streifen. Hatte so Streifen. Keine Ahnung. Komm jetzt her. Sieht nicht so entspannt aus. Ey, der lebt noch. Helm-Sack-Wee! Oh, 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 myáka. Takkar, warstah. Tegli-Szambi. Vakum, Takkar. Ich muss ehrlich zugeben, das ist wirklich eine relativ einfache Mission, wenn man hier echt eigene Zierer schon hat, einige. So, dann. Oh! Oh! Der greift mich doch tatsächlich an. Ich muss mich in Ruhe. Ey, wo ist denn mein Tiger? Ich muss mich ja da heilen. So, zum Thema. Mann, der weicht auch immer mein... Was macht meiner denn? Der ist gar nicht da. Hast du ihn? Der ist hier richtig... Richtig viel Leben, ohne Scheiß. Wo liegt der denn jetzt? Das würde ich gerne wissen. Ach, hier. Säbelzahntigerhaut. Fell nämlich, so. Kommt auf einmal ein Säbelzahntiger um die Ecke. Was der gerade, nachdem ich gesagt habe, ist eigentlich recht einfach. Jetzt habe ich gar kein Grünblatt mehr. Sehr schön. Noch eine Mission abgeschlossen, die Knochenhöhle. Die Knochenhöhle. Und mein Dorfbewohner. Und ich brauche jetzt auf jeden Fall wieder eine Menge Grünblatt. Aber ich glaube nicht, dass es hier irgendwo zu finden ist. Deshalb werde ich jetzt einfach wieder zurückgehen. Oder? Wir machen hier das Leuchtfeuer mal. Haben wir schon lange keines mehr gemacht. Und das ist auch gerade gar nicht so weit weg von dem her. Dürfte jetzt eigentlich ganz gut machbar sein. In kürzester Zeit. Das ist auch wieder ein Ereignis. Tut mir leid, Tigri. Ich muss das nicht mal einen Alleingang machen. Oh. Schon wieder gut. Keine Angst. Oh, hier ist tatsächlich Grünblatt. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Ich brauche noch für etwas. Oh. Das ist sehr wichtig. Nordschwarzstein. Na ja, geh mal weg. Oh. Hier ist eine ganze Herde. Ich will doch gar nichts von euch. Aber meine Eule hole ich jetzt mal. Die habe ich auch schon lange nicht mehr geholt. Aber war auch schon lange nicht mehr nötig. Wie hier jemanden zu entdecken ist gar nicht so einfach. Ich glaube, hier ist auch gar nicht so viel los, ne? Das einzige, was den Leuchtturm hier ein bisschen, äh, eben auf Mittel macht. Oh. Komm mal her. Ist das da ein Typ ist, der... Eben Alarm schlagen kann. Sag ich doch. Drei Gegner. Noch einfacher kann man es gar nicht machen. Ähm. Wird mir jetzt wärmer, wenn ich hier einen Pfeil anzünde. Oh, jetzt aber. Am Viertel haben wir schon mal. Da, von den Leuchtfeuern. Das ist für mich gar nix noch. So. Kalt ist mir nicht mehr. Da vorne ist wieder ein... Oh mein Gott. Ein eigenes für uns. Neuen Fähigkeitspunkt haben wir auch wieder bekommen. Und wir haben jetzt auch 60. Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.